mit morgen kameraden und kameraden schön dass ihr wieder eingeschaltet habt hier bei let's master euer kanal für emergency games in morbi befinden uns hier wieder auf der cph airport mod coppenhagen mit 10 mit k und wir sind natürlich direkt im einsatz es kam gerade dazwischen und da hat zwar eine eine person ich sag mal so probleme mit dem popo probleme wundert mich warum er aus dem popo blutet ach na sorry kann man ja nicht alarmieren ich würde sagen wir nehmen auf jeden fall erstmal den first me sponsor der vor ort ist und dann im märchen zu dem doktor der von etwas weiterkommt und natürlich die polizei die dann ein bisschen absperrt ansonsten staut sich das eine ewigkeit wirklich ja also ich habe in der video beschreibung noch die links zu meinen ganzen social medias wie twitter auf facebook instagram wo auch fotos kommen die nichts mit let's play zu tun haben sondern mit feuerwehr ich würde mich freuen wenn ihr mich abonniert und natürlich hier auf youtube lasst gerne ein kostenloses abo da würde ich mich auch sehr darüber freuen denn mein ziel soll es sein der größte märche c4 als player zu werden auf youtube ich würde mich freuen wenn ihr mich dabei unterstützt alles unter der video beschreibung wird es noch ein paar mehrere sachen und natürlich auch in der video beschreibung der download link das müsste eigentlich da kommt der 40 sponsor immer noch cph mode 1.0 ist ein bisschen buggy aber ich hoffe das funktioniert jetzt hier ich hoffe es schützt sich ab und dann kann der herr ja wieder lauf da mal hin die polizei soll dann bitte hier alles absperren müsste jetzt auch kommen da kommt die polizei der kommt von außen ich muss doch probieren ob die security ich weiß gar nicht ob die ob die umleiten können wir probieren es einfach mal aus ja ist die falsche richtung ja das können die auch und dann kann die polizei ja übernehmen weil offiziell verkehrsumleitung mit der polizei haben wir gelernt ne damals grundlegang dann müsstet ihr alle eigentlich da drauf haben fahrzeug 36 hört so jetzt stretcher brauchen wir natürlich um die person zu versorgen wie sieht es bitte aus müsste eigentlich ziemlich gut sein höre ich würde sagen da brauchen wir auf jeden fall den doktor ok höre sind immer zwei doktoren drin ich weiß nicht warum schon unterwegs geh mal hoch boah ey die brauchen immer so langsam das äh kotzt mich schon was heißt kotzt aber ist schon doof ok du kannst ja hier wieder durch zu deinen kollegengesellen die immer hier stehen haben wir jetzt das klingt Fahrzeug 12 hört ich habe das jetzt mal auf den akku geklickt damit die wieder auf dem einsatz fälle stehen soo ja da könnte ne person sterben das ist egal ja ah ja und dann mit dem striker könnt ihr auch schon mal hinrollen braucht ihr auch was unterwegs was gibt ja also ich beschleunige jetzt mal ein bisschen das ist ja echt daran muss man arbeiten wird gemacht gefällt mir jetzt nicht so gut der zaubert auch direkt hier einen koffer ja und demnächst geht es gleich besser so die gute frage ist ob er jetzt mitfliegen darf oder nicht ich denke schon wir haben natürlich nichts gegen den anderen ja so und die person geht es wieder so weit gut dass man den aufgaben kann ok hier bug das nicht die schicken wir erstmal nach hier sonst wollen die hier rumlaufen hab ich auch schon gehabt und wir sind natürlich dann bereit für den nächsten Alarm auf den weg und die Doktoren die können natürlich wieder rein für den Sponsor und der kann auch rein und ja natürlich ich muss schneller laufen ja also bei mir wird auf jeden Fall bei mir wird jetzt auf jeden Fall wieder mehr Videos erfolgen ich bin jetzt in den öffentlichen Dienst gewechselt habe sehr schöne Arbeitszeiten und kam mich auch dazu dann mit Videos zu machen ich hoffe dass ihr mich auch weiterhin verfolgt ich habe einiges mit euch vor ich hoffe das klappt doch alles so der fährt wieder zurück der fährt wieder der fährt auch weg und dann würde ich sagen warten wir auf den nächsten Einsatz und da ist er schon Feuerladen oder ganz eine rechts vom Terminale ok wo haben wir rechts wo haben wir rechts es heißt hier ok hey der ist doch vielleicht, ich weiss nicht wo er als rechts gezauft hat hier, ach da hab ich ja nicht gesehen ich will mal da unten drauf gucken wen alarmieren wir denn? haben wir hier was? Fire, Building, Automatic Alarm, ne guck mal, es war Fire Truck Fire Car, da, das brauchen wir oh das geht recht ab da ok die Engine ist da, der ist da und wir brauchen natürlich dann Polizei und natürlich auch dann einen was abschleppt das sind Animationen hier nicht schlecht wir gucken uns mal an wie das aussieht wenn die zwei Engines hier starten die ziehen sich schick um fahrzeug 7 hört fahrzeug 7 hört und dann können sie auch schon raus fahren finde ich sehr gut gemacht, diese Radkarten, die finde ich immer noch sehr genial äh, was kommt von hier fahrzeug 13 hört fahrzeug 13 hört ja, nurchen abgucken, was das ist fahrzeug 13 hört 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 wir brauchen ja sowieso nur nix zum absperren hast du zwar nicht Wenn wir auch das jetzt hier nutzen können. Die Jungs, die können laufen. Fahrzeug umleiten. Fahrzeug 1 hört. Nicht zu nah. Fahrzeug 1 hört. Fahrzeug 1 hört. Der Chef von der Feuerware. Hier Fahrzeuge umleiten wir mal in die andere Richtung. Auf jeder kommt jetzt seine Schrauben. Die Personen wollen einfach mal mit dem Katschen. Fahrzeug 7 hört. Fahrzeug 7 hört. Also ich bin AT und die brauchen jetzt einen Schlauch. Hier gibt es natürlich keinen Verteiler. Also ganz klassisch. Einfach anschließen. Keine Wassermogistik. Aber. Das ist uns diesmal egal. Tolle Zahl. Und das Fahrzeug ist wieder einwandfrei. Ist jetzt eine Person drin? Ich glaube nicht. Aber kann man wieder fahren. Alles beseitigt. Die Feuerwehrkräfte haben auch die Inline-Deutsche wieder hergestellt. Wir warten jetzt eigentlich nur noch auf den Schmack. Ich hoffe der kommt jetzt mal langsam an. Ich hoffe dass da jetzt nichts passiert ist. Haben wir hier eine Rettungsschere? Ach die haben eine. Ne. Sofort. Ist keiner drin. Gott sei Dank. So. Wo bleibt denn jetzt hier? Ah da kommt der. Auch sehr schön animiert. Gefällt mir gut. Was haben wir denn hier? Kann man leider nicht lesen. Need a brand new car. Ja also der Typ der wo es gebrannt hat braucht kein neues Auto mehr. Geht da so gut aus. Fahrzeug 36 hört. Der brotz Ewigkeiten bis der dann hier ist. Bin unterwegs. Fahrzeug 36 hört. Wollen wir ein bisschen Einsatz. Oh. Der hat sogar Blaulicht. Habe ich auch bis jetzt noch nicht gesehen. Dass ein Abstand war mit Blaulicht hat. Aber vielleicht ist er da so üblich. Und ich würde sagen wir nehmen es auch genau auf. Das war schnell. Okay die muss natürlich wieder abkuppeln. Und dann kannst du auch wieder zurückfahren. Fahrzeug 25 hört. Sind 6 Mann also die sind echt gut besetzt. Fahrzeug 7 hört. Fahrzeug 1 hört. Fahrzeug 13 hört. Ja und der Einsatz wird jetzt gleich wieder auf grün gesetzt. Sobald der hier weg ist. Ach da steht einer am Weg. Warte den schnappen wir uns. Weil so geht das nicht. Der hält hier den ganzen Verkehr auf. Also nicht nur der Person auch unsere Fahrzeuge. Und dann gehen wir auf Seite. Gut da kannst stehen bleiben. Fahrzeug 12 hört. Oh ne jetzt läuft er wieder auf der Straße. Hoffentlich geht er jetzt auf die andere Seite. Nein. Okay er läuft. Gut haben wir Glück gehabt. Das war's mit der Folge CPH Mode. Ich hoffe es hat euch gefallen. Abonniert mich. Kostens Abo dalassen. Verlinkungen für Social Medias. Und wir sehen uns dann wieder beim nächsten Einsatz. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Wir sehen uns dann nach. Hallo.